Bielefeld, Bielefeld, schalalala, 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 ja, hallo, ähm, was tippst du denn beim Spiel Preußen gegen Arminia? Ja, ganz klar, Arminia gewinnt, äh, Preußen kennt ja nix, das sind ja alles Lutscher. Jawohl, gute Einstellung. Wer nicht hüpft, der ist dein Preuß, ey! Hey, wer nicht hüpft, der ist dein Preuß, ey! Hey!